Argon Balance – Einfach ganz leben Felix Klemme – Bin raus. Aus allem, was mich davon abhält, natürlich und erfüllt zu leben. Gelesen von Felix Klemme Hast du Lust, einfach mal raus zu sein? Raus aus allem? Aus den Verpflichtungen, Erwartungen und Sorgen des Alltags? Verbindest du mit raus sein, Urlaub oder einem Wochenendausflug? Oder willst du nur noch weg, dein altes Leben hinter dir lassen? Muss es ein komplettes Aussteigen aus all diesen Konstrukten sein? Atmest du tief durch, wenn du deinen Arbeitstag beendet hast und du endlich raus bist? Vielleicht ist es auch eine Beziehung, aus der du dich insgeheim lösen willst, weil sie dir nicht gut tut, aber du hast noch nicht den richtigen Weg gefunden, aus dieser Beziehung herauszukommen. Oder ist raus sein einfach wörtlich gemeint? Raus gehen und draußen sein? Ich vermute, in dir gibt es dieses Bedürfnis, raus zu sein, denn sonst hättest du dir dieses Hörbuch nicht ausgesucht. Aber du hast angefangen, es zu hören und ich hoffe, ich kann dir Wege und Möglichkeiten zeigen, auf positive Art raus zu sein. Sei es, dass du dich wieder im Spiegel erkennst oder im wahrsten Sinne des Wortes neu entdeckst, dass du einen Schritt in eine ungewohnte Richtung gehst oder den Mut findest, Entscheidungen zu treffen, vor denen du dich bisher gescheut hast. Vielleicht betrachtest du dein Verhalten auch einfach nur einmal aus einem anderen Blickwinkel und kommst raus aus dem Glaubenssatz von man sollte und weg von vorschnellen Urteilen. Apropos raus sein. Ist dein Handy eigentlich noch eingeschaltet? Bevor du weiterhörst, möchte ich mit dir eine Vereinbarung treffen. Warum genau, erkläre ich dir gleich. Zuerst mal unsere Vereinbarung. Schalte jedes Mal, wenn du dieses Hörbuch hörst, den Flugmodus ein. Geh offline. Auf allen Geräten. Jedes Mal. Oder lass das mit dem Hören. Womöglich ist das für dich total einfach, weil du das sowieso immer machst und dich gern auf nur eine Aufgabe konzentrierst. Oder bist du jemand, der immer auf mehreren Kanälen aktiv und erreichbar ist? Ist dein Handy, dein Laptop oder ein anderes Gerät immer eingeschaltet? Dann könnte meine Forderung möglicherweise Ablehnung oder Abwehr in dir auslösen. Wenn das so sein sollte, dann überleg doch mal, was genauso schwer daran ist, alles auszuschalten und für eine Weile komplett raus zu sein. Warum also diese Vereinbarung? Ich möchte, dass du aus diesem Hörbuch den größtmöglichen Wert schöpfen kannst. Und das geht am besten, wenn du aufmerksam bist und dich einlässt. Aus eigener Erfahrung weiß ich sehr gut, wie schnell wir abgelenkt werden oder uns selbst ablenken können. Natürlich möchte auch ich erreichbar sein, wenn ich dringend gebraucht werde, weil etwas Wichtiges passiert. Aber mal ehrlich, wann ist eine sofortige Reaktion, die absolut keinen Aufschub duldet, wirklich notwendig? Es sind die großen Probleme, vor denen wir uns schützen wollen, aber die kleinen Dinge, die uns wirklich aufhalten. Für dich ist es ein Riesengewinn, wenn du beginnst, kleine Dinge zu ändern, denn genau das ist letztendlich effektiv. Wir tun Kleinigkeiten gern als unbedeutend oder unwichtig ab. Zähneputzen ist auch keine große Sache, es macht aber auf Strecke gesehen einen erheblichen Unterschied, ob du morgens und abends diese drei Minuten investierst oder nicht. Es einfach zu lassen hat Folgen, die sich mit dem Argument der Zeitersparnis nicht unbedingt rechtfertigen lassen. Ich möchte dir mit diesem Hörbuch Mut machen, deine Komfortzone zu verlassen. Ich zeige dir anhand von Beispielen, wie man Kleinigkeiten verändern kann, sich rausbewegt aus alten Mustern, Gedanken und Verhaltensformen. Du wirst selbst erkennen, welche unfassbaren Wirkungen diese Veränderungen mit sich bringen können. Bist du bereit, raus zu sein? Hast du Lust, Sichtweisen?